So, jetzt bin ich im neuen Glaslabyrinth, Glasöhrgarten Alcatraz von Sturm. Neuheit 2019, hier haben wir eine Gefängniszelle, guck guck, und hier ist der magische Spiegel, ja, ja, sieht man nur im Körper. Wir sind schon die Sträflinge, wir sind jetzt auch ein Sträfling und müssen jetzt versuchen, aus Alcatraz zu entkommen. So, mal sehen, also langsam gehen, Hände nach Bonn. So, die Leute kommen zurück, also vielleicht eine Sackgasse. Ja, Sackgasse. Oh, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. 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 das sieht schon gut aus ja dann sind wir auch schon wieder durch sozusagen eine neuheit 2019 Alcatraz von Sturm ein Glasöhrgarten ich hätte es mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt aber ja klassischer Glasöhrgarten kann man mal machen ja